Heute gucken wir uns einmal den Powercreep und den aktuellen Stand zu Yu-Gi-Oh an. Und ich bin bei solchen Themen immer sehr, sehr spannend, auf ein Video zu reagieren, denn da wird eine Meinung vorgegeben. Ich habe eine Meinung, die ich erzählen kann, und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr zustimmt, was dagegen sagt, oder generell irgendwas anderes dazu sagt. Deshalb springen wir das Video rein, das ist von Schattenspieler, Link ist in der Videobeschreibung, guckt da gerne mal rein, lasst ein bisschen Liebe da. Ja, es ist Zeit für so ein Video. Nein, Spaß beiseite, natürlich nicht, aber ja, es ist ein Video wieder, wo nicht geschnitten wird, wo nicht viel hin und her ist. Wo ich ein bisschen ruhiger bin, als vielleicht in einem anderen Video, denn heute geht es um Realtalk, das Format, bedeutet also, ich werde zu einem Thema etwas sagen, meine Meinung natürlich, und halt eben das Ganze anhand von Stichpunkten, aber kein Skript, bedeutet also, ich werde hier eben nicht schneiden, will nicht die Sätze perfekt formulieren, weil es geht ja eher um die Grundthematik. Ja, die Meinung. Ja, es geht um den Stand von Yu-Gi-Oh selber und von Powercreep, und das sind zwei Sachen, die natürlich sehr begehrt sind, darüber zu reden. Wir können, bevor jetzt Maurice hier anfängt, ein bisschen zu philosophieren über seine Themen selber, was ihr denkt, wo Yu-Gi-Oh gerade steht. Macht das Bock, macht das keinen Bock. Ich zum Beispiel habe in den letzten Wochen wenig Yu-Gi-Oh gespielt. Ich finde trotzdem, dass das aktuelle Format trotzdem Bock macht zu zocken. Es sind super viele Decks, das heißt, ihr wisst nicht, ob was ihr trefft, aber ihr könnt extrem viele Decks auch benutzen. Es gibt ja die Freiheit zu entscheiden, was du für einen Deck spielen möchtest. Und das ist gerade für Locals und für Regionals eigentlich ganz cool. Also mehr für Locals, weil Regionals gibt es ja aktuell nicht wirklich. Aber für Locals ist das eigentlich eine ganz gute Sache, weil das Powerlevel relativ ähnlich so in den oberen Tears ist. Heißt, du kannst auch mit dem Steeper-Deck so ein bisschen nach oben grätschen, gerade auf Locals. Deswegen finde ich das eigentlich davon gerade ganz gut. Der Powercreep ist ein Thema, auf dem wahrscheinlich gleich noch ein paar Punkte kommen werden. Da habe ich gerade so gemischte Gefühle, aber vielleicht erklärt du das noch in dem Video. Und das Zweite ist, wie steht es eigentlich im Yu-Gi-Oh? Und wir reden dabei eher über das Metagame. Man kann das allgemeine betrachten, wir gehen auf das Metagame ein. Logischerweise. Fangen wir an mit Powercreep. Naja, erstmal hat Powercreep existiert, das ist klar. Karten werden tendenziell immer spielstärker. Das ist klar, das muss auch so sein. Das ist in jedem Kartenspiel so. Macht Sinn. Einfach und allgemein nicht jedem Spiel. Einfach aufgrund der Tatsache... Wobei ich das nicht in jedem Spiel sehe, aber die Idee dahinter ist ja so ziemlich die gleiche, wenn es halt progressiv weitergeht. Also wenn wir bei Punkt A anfangen und wir von da aus immer weitergehen, müssen natürlich die Sachen, die neuer sind, besser sein als die Karten, die davor sind. Und damit wir halt auch die Karten uns besorgen, damit halt die Firma auch Geld machen kann mit den neueren Produkten und nicht mit den ganzen alten. Das Problem ist, dass ich so ein bisschen eine Aushebe, wenn du halt sagst, okay, von da bis da könnt ihr die Karten spielen und ab da halt nicht mehr. Dann musst du die Karten nicht in Intervallen so stark machen, dass du noch die neuen Karten spielen kannst. Das haben wir mit Z-Trotation. In Yu-Gi gibt es das aber logischerweise nicht, was ich persönlich auch ziemlich gut finde, weil ich finde es cool, dass du heute eine Karte spielen kannst von 20 Jahren. Ist aber natürlich dann klar, dass die Karten halt irgendwie Sachen besser machen müssen als die Karten davor. Dass sonst es kein Grund gäbe, die neuen Karten zu holen oder eben die neuen Decks zu spielen. Weil man könnte ja auch einfach sonst die alten Decks spielen, weil die sind ja genauso stark. Und dementsprechend macht es Sinn, dass die Karten stärker werden. Einfach eben aufgrund der Tatsache, dass man dann eben die neuen Decks holt. Das merkt man auch in anderen TCGs. Zum Beispiel One Piece ist ein relativ junges TCG. Aber da sieht man auch zum Beispiel, dass dort auch schon der Powergrip existiert. Das Einzige, was ich bei One Piece mitbekommen habe, ist, dass die eine Bandlist gemacht haben und zwei Karten, irgendwie Wipehead und eine andere Karte, irgendwie gebannt haben. Aber die nur bannen, bis die neuen Karten rauskommen und dann könnt ihr die wieder spielen. Was interessant ist, dass die überhaupt mit der Community so interagieren. Aber ich finde es irgendwie weird, das so zu machen. Aber kann man natürlich machen. Und das ist halt auch gar nicht so lange raus. Und bei Yu-Gi-Oh! Das Spiel gibt es schon so, 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 so lange. Und selbstverständlich gibt es den Powergrip. Ich meine, beste Beispiele sind dafür Exit-Beschwörungen, die auf einmal dann, wie bei Zodiac, halt eben nicht mehr zwei Monster brauchen, sondern eins oder fast sieben Jahre her. Chaos Angel, der sagt, ja, ich bin zwar ein Synchromonster, aber du brauchst keine Empfänger an deinem Deck. Und solche Sachen. Natürlich ist das Powergrip, definitiv. Wobei wir da wieder das Problem von Powergrip sehen. Powergrip beschenkt sich nicht darauf, dass die Karten an sich halt stärker werden, sondern dass die einfacher zu rufen werden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, du hast damals eine Karte gehabt, wie jetzt ein BLS zum Beispiel, der relativ einfach zu rufen war. Und sagst, okay, du brauchst ein Licht- und Finsternes Monster, um den zu beschwören. Du kannst den Frieden verbannen und dann kannst du den beschwören. Genre vor, wir würden die gleiche Karte heute machen, nur die müssen aus dem Deck verbannen, um die zu beschwören. Das wäre zwar in Heren gleich stark, was die Karte auf dem Feld tut, aber die wäre deutlich einfacher, aufs Feld zu bekommen. Und das macht Yu-Gi-Oh, also Konami, in letzter Zeit sehr, sehr viel mit den Karten, dass wir die einfach einfacher bekommen können. Sei es jetzt relativ generisch, du brauchst die spezifischen Karten nicht mehr dafür. Du kannst Fusion-Monster einfach Kontakt fusionieren. Das gibt es ja schon länger, aber das ist bei vielen Fusion-Arct-Habs das Thema, dass du halt die extra Karte nicht mehr dafür brauchst oder dass die Karte, die die Fusionsbeschörung macht, sich irgendwie selber recyceln kann und Ressourcen zurückgewinnt, damit du halt nicht so krass Minus gehst. Das sind die Sachen, wie die Karten halt stärker geworden sind. Nicht unbedingt stärker per se, aber einfacher zu holen. Ja, wie ist das zu werden? Und da muss ich sagen, ich bin dafür. Erstens, wir kriegen natürlich neuere Sachen. Was cool ist. Also, ich like neue Sachen. Klar, mal waren altere Sachen besser, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist cool. Ich meine, ohne die neuen Sachen hätten wir nicht so coole Sachen wie Normal Summon Alistar. Geiles Mimo auf jeden Fall. Aber auch halt andere Sachen. Es sind verschiedene Deck-Themen, die beliebt worden sind, die halt neu sind. Die waren auch neu, als der rausgekommen ist. Decks, die auf Link-Mechaniken basieren, Decks, die auf Exit-Beschwörung basieren, Decks, die auf Synchro-Beschwörung oder sogar wieder auf Ritual-Beschwörung oder Fusions-Beschwörung setzen. Dementsprechend, ja, es ist cool, definitiv. Wie gesagt, nicht alles ist das Gelbe von Ei. Aber immerhin ist es ganz nice. Also, das, was Neues ist, finde ich gut, weil ich beschäftige mich gerne mit dem Spiel und fuchse mich auch rein. Und das Neues ist halt cool. Mag ich das. Ich finde es natürlich schade, wenn jetzt gefühlt jede Woche neue krasse Karten kommen, weil dann kann man sich gar nicht eingrooven. Aber generell... Weil ich weiß nicht, warum, aber Konami hat die Fähigkeit, gefühlt so Cluster zu machen, wann Karten halt rauskommen. Und dann hast du mal einen Monat, wo halt gar nichts passiert und mal einen Monat, wo drei Sachen auf einmal passieren. Und das persönlich mag ich nicht. Wenn neue Karten, geil, ich mag neuen Stuff. Ich finde auch Yu-Gi-Oh! wie es, wenn es komplex ist. Ich persönlich mag das sehr gerne. Aber, wenn wir quasi in einem Monat halt ein Corset haben, Neues mit 100 neuen Karten, das ist ja mal ein Corset, dann hast du da noch ein Structure-Date drin manchmal. Dann gibt es irgendein Reprint, was halt irgendwas verändert, weil wir irgendeine Karte importiert haben von woanders und dann hast du eine Bandage irgendwo noch drin. Und das ist halt dann so viel Informations-Input, wo du quasi gucken musst, okay, das kommt rein, aber du kannst halt nur so viel aufnehmen. Das heißt, du musst halt so viele Sachen weglassen und das ist dann, finde ich persönlich, ein bisschen doof. Real ist Powercreep, wie gesagt, sinnvoll und finde ich gut. Und vor allen Dingen finde ich es gerade besonders gut, weil wir gerade einen Umbruch erleben. Dieser Umbruch ist einfach, dass der Powercreep krass wird, ohne dass es groß auffällt. Und wie meine ich das? Im klassischen Sinne, weil wir merken es ja alle, ich meine damit eigentlich, und zwar, früher wolltest du auf ein gewisses Bossmonster hinausgehen. Dieses Bossmonster, da hast du alles für getan. Du hast Karte X beschworen, Y beschworen, Kombo, 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 Kombo. Hast zehn Minuten mit dir selber gespielt und hast am Ende dann ein Monster gerufen, beziehungsweise meist war es dann so, dass du drei, vier Monster bekommst. Aber nichtsdestotrotz, alles, was du davor getan hast, hast du nur getan, um diese drei Monster beschwören zu können. Ja. Und es hat ewig gedauert. Und denkst dir so, ja, wow, mach halt so, leg mir das einfach hin. Ein bisschen solidär, verstehe ich. Und das passiert gerade. Der Powercreep ist so groß geworden, dass wir eben nicht mehr 2000 Karten brauchen, um dorthin zu kommen, sondern eben noch ein paar Karten brauchen, um diese Kombo zu erreichen. Das fällt vor allen Dingen... Das meine ich gerade mit dem, dass die Karten generischer werden, weil das genau auf den Punkt hinaus kommt, dass du quasi mit weniger Karten mehr machen kannst, weil die Karten nicht mehr spezifische Sachen brauchen, um da hinzukommen. Das verstehe ich an sich von der Ideologie schon, weil du quasi in der Theorie längere Duelle hast. Aber wenn Karten halt mehr machen, ist natürlich die Frage, wie viel machen die Karten? Ich glaube, worauf er hinaus möchte, wir lassen ihn ja gleich aussprechen, ist, dass es wahrscheinlich ein bisschen darauf ankommt, dass du jetzt nicht alles machst, auf dieses Monsterlandes oder auf den drei Monstern. Und wenn das nicht passiert, oder wenn das passiert, dann ist deine Interaktion in dem Duell vorbei. Wenn das gebrochen wird, verloren. Wenn das nicht gebrochen wird, hat der Gegner verloren. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass wir quasi mehr Sachen tun können. Das heißt, wenn der Gegner das Board bricht, kannst du wieder was zurückholen, dann kannst du wieder spielen, dass es ein bisschen mehr dieses Hin und Her ist. Und dem würde ich zustimmen, bei manchen Arten von Decks, diese Midrange Decks, die dein Board hinlegen, was du theoretisch sprechen könntest. Dann brichst du das Board, du hast was established, der Gegner kann wieder ein bisschen mitspielen, dann bist du wieder dran, dass es ein bisschen in dieses Hin und Her geht. Ich finde aber, dafür ist Yogi O in manchen Deckstrategien so festgefahren, dieses komplette Board aufzubauen und dahin zu kommen, dass das nicht komplett in alle Decks übergeht. Aber die Idee dahinter, der Punkt ist gar nicht so schlecht tatsächlich. auf bei Combo Decks, die mit Extradec agieren, denn früher war es so, dass das Extradec nach so einer vollen R-SX-Völkassen-Kombo einfach nur noch bei vier Karten war. Wenn überhaupt. Jetzt macht er voll Combo und am Ende hat er vom Extradec vielleicht vier, wenn es hochkommt, sechs Karten benutzt. Also er hat noch diverse Karten im Extradec zur Verfügung, was zeigt... Es liegt aber auch daran, dass die Karten im Main Deck halt mehr machen, um halt die guten Karten im Extradec einfacher zu bekommen. Dass weniger Karten mehr machen. Das ist natürlich ein ganz kleines Zeichen vom Powergrip, aber ich finde es gut, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eben nicht warten muss, bis er durch seinen ganzen Extradec durchgegangen ist, sondern einfach eben dann... Ja, er ruft halt zwei, drei, vier Extradec-Monster, eins davon extended nur, eins davon macht die Combo weiter und dann passt das. Fertig. Also man merkt schon, es geht ein bisschen runter mit den Karten, was ich halt an sich gut finde. Das finde ich gut. Problem an der Sache ist, wir haben jetzt halt die Abschwächung, dass halt eine Karte das ersetzt, was viele Karten gemacht haben, ja, plus wo kommen wir dahin beim nächsten Powergrip-Stufe? Also da muss man wieder aufpassen, weil dann wird es ja wahrscheinlich wieder sein, dass wir... Aber dann wird das so sein, dass die Karte, die halt mehr macht, bessere Sachen machen wird. Weil jetzt sind wir an einem Punkt halt, wo wir, wie er gesagt hat, wir haben aus vielen Effekten eine Karte gemacht. Jetzt müssen wir quasi nachher aus diesen vielen Effekten diese eine Karte machen und diese vielen Effekte müssen bei der einen Karte halt noch krasser sein. Dann würde halt wieder der Powergrip halt da bestehen, dass diese eine Karte, die halt vieles daran tut, viele gute Dinge tut. Da wird es wahrscheinlich hingehen. Ich weiß nicht, ob ich das dann so geil finde, aber wir werden es halt in Zukunft sehen. Wieder das Gleiche haben. Viele Karten, wieder zu einer Karte und dann wieder so weiter. Und dann irgendwann sind Karten irrelevant. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also da muss man aufpassen. Die Zukunft kann eben sehr gefährlich werden. Klar, muss es so was angeht. Ja, zu geben, definitiv. Aber was noch ein guter Punkt ist bei Powergrip, den ich natürlich erwähnen muss, den man nicht vergessen darf, ist einfach, dass der Powergrip sich auch verändert hat. Denn insgesamt wird das Spiel interaktiver. Ja, stimmt. Die gepowerten Karten sagen nicht mehr einfach nein, nein, sondern die Karten sagen, mach das und das, mach das und das. Was sehr cool ist, definitiv. Also das ist ein guter Punkt, weil die Karten, die nach auf dem Endpoint liegen, die sind diverser. Das ist jetzt ein guter Punkt und ein schlechter Punkt zugleich, denn wenn vorher halt fünf in der Gateser lagen, okay, hast du das irgendwie mit Dark Rool annulliert, war okay. Deswegen sind halt Karten, die halt, wenn die zerschöpeln, dann floaten die, dann bändischen die Karten, dann machen die, dass die Karte auf die Hand zurückgeht. Also verschiedene Interaktionen. Das ist eigentlich cool, aber auch schwierig dagegen zu spielen. Und persönlich bin ich der Meinung, dass es eigentlich ein besseres Anlass ist, als allen Sachen Karten zu verbieten, sondern dieser quasi, wenn ein Monster-Effekt passiert, dann mach das und das. Und dann kannst du sagen, okay, mach ich jetzt den Monster-Effekt oder nicht. Und ich finde auch diese Karten, die das so ein bisschen punishen, also die Talents und Thrust, in dem Kontext sogar gut, weil die Frage ist es halt, ist es jetzt wert, diesen Monster-Effekt zu aktivieren, um eine Karte zu verbannen, nur damit mein Gegner ein Taktik zu aktivieren kann und mir mein Monster klauen kann. Das sind halt Sachen, weil wenn der das einfach nur negiert, dann ist es halt ein One-for-One-Trade. Und so ist es halt nicht unbedingt immer ein One-for-One-Trade. Eigentlich eine ganz gute Idee. Also der Punkt ist gut. Die Wende, es gab ja auch mal so einen Bericht, dass die Investoren bei Konami gesagt haben, ey, das Spiel ist langweilig, mach das mal interaktiver. Und ja, es wird interaktiver. Wobei der Bericht, der war nicht, dass das Spiel nicht interaktiv genug ist, sondern, ja okay, die Kernaussage von dem Spiel war einfach, von den Investoren war einfach nur, wir haben viele Spieler im Master-Duel, aber die translaten nicht gut in das TCG. Warum? Also da haben mich einige Punkte angewürt, okay, dass natürlich die Sachen in TCG sehr lange dauern, diese ganzen Kombus und sowas in die Richtung. Ich glaube aber, die Kernaussage war wirklich, okay, wir haben die hier, warum kriegen wir die nicht dahin? Und der Grund ist halt meistens, dass es halt ein ganz anderes Format ist. Und ich glaube, dass wir jetzt nicht simpler lösen, als zu sagen, wir machen jetzt die Karten diverse und die Züge dauern nicht mehr so lange. Ich glaube, dass das gar nicht so der große Punkt war, sondern dass Yu-Gi-Oh zum Angucken als neutraler Zuschauer wirklich schwierig ist, weil du halt keinen Plan hast, was passiert. Ja, definitiv wird es interaktiver. Klar, wir haben noch Omni-Negades, die neuen Karten haben gar nicht mehr groß diese Negation. Entweder sind es themeninterne Negation, das bedeutet, ihr müsst was mit themeneigenen Karten haben. Oder eine Konterfallkarte? Das ist viel, viel schwieriger. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, okay, wir nehmen einfach die letzten 10 Negates-Karten, die im letzten Jahr rausgekommen sind, packen die ein Deck, fertig. Das kannst du natürlich machen, aber es funktioniert eben nicht mehr, weil es eben primär themeneigene Negates sind. Und das ist natürlich schon mal was sehr Gutes. Also von daher ist das ein... Weil ich, wenn ich so überlege, sind das wirklich alles nur themeneigene Karten, die was negieren? Ich meine, das letzte krasse Beispiel wäre Baron, was halt nicht themeneigen ist. Und ich glaube, seitdem gab es nicht wirklich diese krassen Karten, die wirklich was negieren. Außer jetzt... Okay, die Infernobel-Link-1-Monster, die sind halt themeninterne logischerweise. Ich glaube, Baron war wirklich das letzte generische Monster, was wirklich krass was negiert hat. Ja, also der Punkt ist gar nicht so schlecht. Weil Baron war Anfang des Jahres? Oder Anfang letzten Jahres? Anfang letzten Jahres, glaube ich? Ja, Anfang letzten Jahres. So, das heißt, das ist schon echt eine Weile her, dass sie das so krass generisch gemacht haben. Aus dem Kopf würde ich sagen, hat er recht. Kann ich jetzt aber auch nicht so bestätigen und halt verneinen. Ein guter Punkt, weil ich finde, Interaktionen sind cool. Das macht Yu-Gi-Oh! aus. Man interagiert eben und das ist halt was Schönes. Wir haben hier nicht mehr dieses Full-Negate-Board und ja, Ausnahme steht in der Regel, aber wir haben eben nicht an sich Full-Negate-Boards, die Metadecks existiert haben, sind komplette Interaktionen. Meistens. Und ja, natürlich ist das auch eine Art von Power-Creep, weil es ist krass, dass ein Omni-Negate-Board, also was viele Negates hat, quasi schwächer ist als Interaktionen. Das liegt einfach eben aufgrund der Effektivität, habe ich ja schon gesagt. Ja, wobei, die sind ja nicht, also die Endposts sind ja nicht schwächer. Es ist nur schwerer, da hinzukommen, dass du diese ganzen Karten aufs Feld kriegst. Das heißt, wenn du ein Deck hast, was konstanter drei Dinge tut und das kannst du jede Runde machen, egal wie viele Händler die wirft, ist es natürlich sinnvoll, die Route zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier fünf Negates, wenn das durchgeht, crazy, habe ich gewonnen, aber auf dem Weg musst du quasi 15 Steps machen, damit du halt da hinkommst und diese 15 Steps, wenn da halt einer nicht durchgeht, kommt der nicht so weit, dann ist klar, dass halt das nicht so gut ist, aber das ist nicht, dass das Endpost nicht krass ist, sondern dass der Weg dahin, das ist was halt nicht so krass ist, glaube ich. Weil es einfach konstanter ist, also es ist leichter zum Beschwören, es ist konstanter zum Beschwören und wie gesagt, du verbrauchst nicht so viele Ressourcen, ist halt auch ein Vorteil. Okay, halblich. Ja, aber weiter. Dann vergessen wir nämlich bei Interaktivität und da schwimmen wir jetzt rüber vom Powercreep zu eben dem Stand von Yu-Gi-Oh. Ich möchte noch ganz kurz zur Interaktivität was sagen. Witzigerweise gibt es zu allen Sachen immer verschiedene Punkte, weil Handtraps zum Beispiel sind interaktiver. Quicksilkarten sind interaktiv, so von der Idee her. Karten, die was tun, wenn der Gegner irgendwas tut, sind interaktiv. Viele mögen das aber nicht. Wir haben einen Trend, dass viele Decks mittlerweile viel in der gegnerischen Runde spielen können. Ist schon länger so, seit Okus würde ich sagen, gab es das mal so einen Trend, dass mal so ein paar Karten quasi in der gegnerischen Runde benutzt werden können und du Mundseffekte benutzen kannst und dann passiert da was und du kannst in der gegnerischen Runde ein bisschen spielen. Mit T-Element hat es natürlich einen Highpunkt erreicht, wo du quasi in der gegnerischen Runde quasi mehr gespielt hast, der geht er selber. Das Problem ist, diese Interaktionen mögen manche auch nicht. Denn es gibt den Punkt, wow, du spielst solitär und ich kann nicht mitspielen oder du spielst in meiner Runde und ich bin dran. Das sind beides Punkte, die nicht vereinbar sind. Aber es kommt immer wieder zur Diskussion, das ist doof, das ist doof. Also wenn beides doof ist, gibt es ja keinen Mittelweg. Das wissen das, wo viele, also die einfach bei Jürgen meckern möchten, genau diese beiden Punkte aufführen, die aber genau beide das Gegenteilige bedeuten. Deswegen finde ich das immer ein bisschen doof. Ich persönlich finde es cool, wenn beide Spieler auch in beiden Runden miteinander interagieren können. Das macht das Spiel einfach so, ich muss aufpassen, was mein Gegner tut und er muss aufpassen, was ich tue. Egal, ob er jetzt dran ist oder ich jetzt dran bin, finde ich persönlich ein deutlich besseres Spielerlebnis als es ist. Er macht seine Kombo, ich kann es brechen, nein, nächstes Game, ich mache meine Kombo, er kann nichts tun, okay. Das finde ich halt besser. Jürgen ist als solches sehr interaktiv geworden. Wir blicken ein bisschen zurück, gerade bei Tier-Zero-Format, Tier-Elements. Oh ja, was war da? Das war das interaktivste Game überhaupt. Ja, manche waren. Man hat im Zug Null schon mit den Gegnern gespielt, also beide haben gespielt, beide haben irgendwie Mill 20 gehabt, Chainlink 10 und da musste man das Ganze resolven und das halt im Zug Null quasi, also der eine war noch gar nicht dran, aber trotzdem haben beide effektiv miteinander gespielt. Beide waren dran. Wir hatten hier dann ein ultra interaktives Format, vor allen Dingen braucht man viel Gehirnschmalz, um dann die Chainlinks halt sinnvoll zu setzen, aber nichtsdestotrotz, es war ein interaktives Spiel. Alle Leute haben sich immer beschwert, ich will kein Voll-Omnigate-Board, ich will nicht Break-My-Board-Decks haben. Ja, stattdessen hast du, ich spiele, wir spielen die ganze Zeit miteinander, also, ich will aber meinen ersten Zug auch einfach spielen können, ist ja unfair, wenn mein Gegner mit mir spielt, ich möchte schon alles bauen. Genau das meinte ich gerade, genau das meinte ich gerade, ne? Das magst du nicht und das magst du nicht. Also beides geht halt nicht. Du kannst halt nicht sagen, okay, ich mag das nicht, ich mag das nicht, weil das sich ja inhärent aufhebt. Augen können, wie ich es möchte. Ja, Leute, entscheidet euch. Man kann immer kritisieren, A oder B, ich bin aber der Meinung, dass die Grundzüge von Yu-Gi-Oh! Interaktionen sind und dementsprechend auch eben Turn-Null-Decks, also die schon im ersten Zug mit dir spielen, Interaktionen sind und das ist gut, solange das eben nicht dann nein, nein, nein kommt. Ja, wobei ich da sein muss, dass ich die Idee von Tierlements da ein bisschen zu krass finde, weil die ja ein bisschen zu sehr mit deinem Deck interaktieren. Ne? Weil persönlich finde ich ab jetzt kein Problem damit, wenn die halt nicht spielen, ne? Wenn man zum Beispiel Orkos vollkommen okay, sollen ihre Sachen machen, wenn ich meine Sachen mache. Aber sobald die anfangen, an meine Ressourcen zu gehen, während ich dran bin, ist das halt ein bisschen beschissen, weil ich dann nicht so spielen möchte, wie ich spielen möchte, weil ich dann nicht so spielen möchte, wie ich merke, weil ich dann nicht so spielen kann, wie ich spielen möchte, weil mir während das passiert, Sachen, die ich vielleicht gebraucht habe, aus meinem Deck rausgehen. Das finde ich zum Beispiel wieder problematisch. Und das ist auch gut, dass halt viele von den Tierlements Karten halt nicht mehr so krass verfügbar sind, weil auch Roonies zum Beispiel, auch so genau so ein Ding. Kannst du mal in Turn 1 in den Roonies spielen, aber es kann dir halt, wenn das anfängt, halt Karten aus deinem Deck klauen, was auch ein bisschen doof ist. Das finde ich wiederum nicht so cool, aber ich finde die Idee von Tierlements per se, mit dem, du machst was von meiner Hand, ich mache die Karte, ich mille mal von meinem Deck ein paar Karten runter, finde ich okay. Und dann kamen die Shizu Karten und dann hat es ein bisschen kaputt gemacht. Es sind so Interaktionen gut, Leute. Ja, natürlich, der Powercreep ist da und ja, früher hat diese Interaktion halt erst im zweiten Zug oder im dritten oder im vierten Zug stattgefunden. Aber wir haben sie jetzt eben im Zug 0 beziehungsweise Zug 1, beide können mitspielen und das ist halt die Entwicklung. Das Spiel ist noch schneller geworden, dementsprechend ist das halt so. Aber das Grundprinzip von Yu-Gi-Oh! dass man miteinander interagiert und spielt, ist halt da und das ist halt cool, also finde ich. Und genauso das Thema Handtraps machen wir gar nicht groß auf, da gibt es hunderte Videos zu, hunderte Leute, die sich aufregen, hunderte Leute, die dagegen argumentieren, Leute, Handtraps sind auch Interaktionen. Es macht nur keinen Spaß mehr einfach, wenn du deine 100 Handtraps wirfst und dir immer noch das Endwort legst. Verstehe ich? Das ist frustrierend. Aber dennoch habt ihr A, mit den Gegnern interagiert, vielleicht nicht so, wie ihr es wolltet, aber B, ja, das ist halt das Problem. Es ist das Problem des Decks, nicht die Interaktion. Und wie gesagt, und das ändert sich ja auch, also wie gesagt. Ja, aber das Verkommen wäre wieder zurück zu den Leuten, die halt ihr Deck spielen, was halt nicht mit dem aktuellen Stand entspricht. Das heißt, es ist nicht mehr so, wie es mit den aktuellen Decks ist. Und dann reicht halt eine von den Handtraps, halt den kompletten Zug zu beenden. Und dann fühlen die sich ein bisschen ihres Zuges beraubt, dass sie halt nicht spielen können. Das kann ich verstehen, aber man muss auch verstehen, dass es ja, du spielst ja nicht A plus B, sondern spielst du ja A plus 10.000 andere Spieler gefühlt. Also du musst halt gucken, wenn der andere da halt eine Karte spielt, die halt gegen 999 andere Decks gut ist, und gegen deinen Deck halt den Tod bedeutet, dann bist du halt der Letzte, der dich beschweren kann, weil die anderen 996 spielen halt durch die eine Handtrap halt durch. Dann ist es halt trotzdem doof, dass du mit deinem Deck, was du spielen möchtest, halt dadurch nicht spielen kannst. Ist trotzdem halt nicht so, dann ja, Handtraps sind doof. Weil die sind halt nur gegen dein Deck halt doof. Also du nimmst nicht die eine Karte. Handtraps tun wieder was, wir gehen immer wieder weiter hin zu Handtraps, Interaktionen, und auch hier zeigt sich einfach eben, wo ich dann nochmal sagen muss, dass ich das relativ viel switchende in den Formaten, ob es jetzt mal Handtraps gut sind, mal nicht so gut sind, das switcht, das switcht gefühlt von Event zu Event, wo die Leute erwarten, was gerade besser ist, und deswegen, mal sind Handtraps gut, mal sind Bordbrecher gut, und wir haben ja mittlerweile auch die Tools mit Bordbrechern, die wirklich richtig, richtig gut sind, und das switcht hin und her, je nachdem, was für ein Deck halt gerade gut ist. Die Vielfalt, du willst nicht auf dein Baroness unbedingt gehen als Omni-Negate, du musst nicht in dein Savage Train gehen, wo du vorher noch einen Link-Monster beschworen hast, um den Negate zu haben, nein, du rufst einfach Monster, wirst Interrupted, dann rufst du halt ein anderes Monster, was eine Interaktion hat, klar, die Interaktion ist gut, aber es geht einfach, dass du Interaktion hast, so richtig SP Little Knight, du machst einfach dein Bord, wirst aufgehalten, ach verdammt ey, ich kann nicht machen, was ich will, ja egal, bevor ich gepasse, gehe ich noch in SP Little Knight und pass, hab eine Interaktion, das ist aber das gleiche Beispiel wie damals mit Vertanaconda, obwohl natürlich Vertanaconda krasser war, aber die Idee ist ja ziemlich die gleiche, du wirst gestoppt in deiner Combo und hast du diese eine Karte, die du als Safe Play immer noch machen kannst, das war damals halt Anaconda, jetzt ist es halt SP Little Knight, natürlich machen die Karten verschiedene Dinge, aber die Grundidee ist eine sehr sehr ähnliche, ich hab noch zwei Monster übrig, ich kann nicht viel machen, ich mach dieses eine Monster, was zumindest mir die Chance gibt zu überleben. Vielleicht ist die Interaktion genug, aber da muss man über das Deck nochmal reden, was du spielst, aber generell ist es interaktiv und das find ich gut und es gibt halt eben diese Interaktion, das find ich gut und ja, jetzt kommen wir zu den Ausnahmen, ja, es gibt Ausnahmen, es gibt zum Beispiel noch den Synchro, das Synchro Calamity, was mit Manadium oder jetzt auch, oh, ich hab keine Ahnung auf den Deck, egal, Synchro Decks auf jeden Fall, wir können halt auf den gehen, du darfst nicht spielen, das ist scheiße, Leute, das ist scheiße und ja, es gibt noch Probleme, definitiv, es gibt Probleme, immer Probleme gegeben, im Grunde genommen stimmt die Richtung und das ist es, man muss ja sagen, diesen Lock gibt es, der Lock ist unfair, Calamity ist Müll, muss verboten werden aus meiner Sicht, aber nichtsdestotrotz ist es nicht das Top, 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 Top Tier Deck, es gibt durchaus Decks, die ab und an wieder damit toppen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist nicht das größte Problem, was wir haben, wie gesagt, aus meiner Sicht, trotzdem Ban, sicher. Ich finde schon, dass es das größte Problem ist, was wir haben, weil es somit so das einzige Problem ist, was Yu-Gi-Ohio gerade hat, dass Calamity halt eine Karte ist, die theoretisch Stichhops nehmen kann, deswegen ist es schon das größte Problem, aber es ist im großen Spektrum von Yu-Gi-Ohio nicht wirklich ein großes Thema, weil es nicht super viele gibt, die das Deck halt spielen, aber es ist trotzdem das größte Problem, über das man reden kann, denn wenn man sich ja die Bandits anguckt, habe ich ja auch letztens auch besprochen, eigentlich ist Calamity die einzige Karte, wo man sagt, ja okay, die muss halt weg, der Rest ist halt irgendwie so fein, deswegen ist das schon das größte Problem, würde ich schon so betiteln. Ja sicher, aber ja, ist es halt eben nicht das Deck überhaupt und ich finde die Richtung ist richtig und das ist halt das Ding. Das ist das Wichtige. Es macht ja nur Spaß, wenn man merkt, es ist ein Fortschritt da, es ist eine Veränderung da, wir gehen voran und ich finde einfach eben, die Richtung stimmt, es geht immer mehr zur Interaktion, was ich gut finde, weil das ist der Grundsatz von Yu-Gi-Ohio, ist interagieren und dass eben Logs oder eben so Nine-Boards halt immer weniger werden. Ich vermute mal, dass man es ganz ausmerzen nicht kann, weil, da können wir ja gerade ein Baradebeispiel machen, zwar Pendulum. Pendulum ist so, also jetzt allgemein so Pendel, Shuffle, Kombo-Haufen. Es ist genau das, wenn du nicht Interrupted wirst, wenn du keine Interaktion hast und du machen kannst, was du willst, dann legst du das krankeste Board ever hin. Das ist überhaupt normal schon gut. Das krankeste Board ever und der Gegner kann da zu 99% nicht durchspielen, denkst du, boah, Pendulum muss ja das krasseste Deck überhaupt sein, Tier Zero. Halt dahin zu kommen. Weil erstens, Going Second funktioniert das Ganze nicht, ist ein Problem. Going Second müssen Decks nämlich auch funktionieren und zweitens, ja, eine Karte reicht, um das Ganze aufzuhalten. Die ist halt ein bisschen anfällig. Ihr merkt, man kann immer darstellen, es gibt noch ein FDK, Leute, FDK. Ja, aber dann ist ja der Typ, der den FDK machen möchte, wie ich jetzt gerade sagen möchte und der typische Pendel-Spiel sagt, ja, aber ich habe wirklich eine Karte verloren. Dann hast du auch wieder die, die sich halt darüber aufregen. Das ist halt auch mal so das Ding. Du kannst es halt leider nicht allen recht machen, aber du kannst halt das Spiel in eine Richtung lenken, wo es mehr Leuten Spaß macht. Du kriegst nicht alle, ist so, aber je mehr Leute an dem Spiel halt Bock haben, desto besser ist die Stimmung in der Community. Das ist ja richtig. Und ich finde, wie Maurice hier auch sagt, auch wenn das Sample gerade echt geil ist, dass der Weg, den Konami die letzten, ich würde sagen, so drei Jahre gegangen ist, eigentlich gar nicht so verkehrt war. Ich finde, Elmancipator war so das letzte Deck, wo ich sagen würde, das war nicht so eine gute Idee. Weil die Ideen hinter Runic und Tealments und so waren ja, ja, Sprite aber auch, dass du trotzdem halt kein Wort hinlegst, was komplett jetzt den Gegner aus dem Spiel rausnimmt. Außer die Schießkarten. Warum auch umgekommen, haben die gesagt, das ist eine gute Idee. Aber alles andere, bis dahin, war eigentlich eine ganz okay Idee dahinter. Ah, Yu-Gi-Oh ist kaputt. Ja, Leute, es wird immer irgendein FDK-Kombo geben, die aber dermaßen inkonstant ist, die perfekte Hand nur funktioniert, wenn du deine zehn Bricks nicht ziehst. Und das ist ja unwahrscheinlich. Aber wenn du es dann einmal hast, dann hast du safe gewonnen. Glückwunsch. Ja, cool. Also das wird es halt geben. Wie gesagt, die Richtung ist entscheidend. Wie gesagt, Calamitys, diese dumme Karte, bitte. Genau. Und da sind wir auch bei dem Thema mit allgemein, wie gesagt, Calamitys ist an sich ein Problem, aber nicht so groß präsent. Und da merkt man wieder, man kann immer was kritisieren. Wenn wir, das Problem ist, bei Meta kann man halt immer grundsätzlich was kritisieren. Man kann sagen, die Kombos zu effektiv, das Bossmonster zu stark, die Karte ist zu unfair, das macht nichts gegen Handtraps, da muss man shiften, da muss man Breaker-Karten spielen und so weiter. Also man kann das immer, man kann irgendwas schlecht drehen. Das hat einfach einen Grund. Die Meta sind die aktuellen besten Decks. Und wenn man jetzt sagt, die Decks sind doof, dann können wir die alle bannen, dann bannen wir alle Meta-Decks. Also eine neue da. Spoiler-Alert, es wird dann eine neue Meta geben. Der Meta ist einfach nicht die Decks, die gerade da sind, also nicht jetzt, keine Ahnung, Purly ist gerade Tier 1, dann ist Purly Meta, also nicht Purly gleich Meta, sondern Meta sind einfach nur die Decks, die dann eben die besten sind. Die effektivsten Kategien. Das kann halt auch Gladiatoren-Gehäuer sein, das kann halt auch irgendwas anderes sein. Also es kann alles sein. Es ist halt einfach nur die besten Decks. Und wenn du eben die aktuellen besten Decks tötest, dann wird es neue beste Decks geben. Wenn du die auch tötest, wird es neue beste Decks geben. Wenn du die tötest, wird es neue beste Decks geben. Das ist normal. Und irgendwann landet man dann bei Sangran Turbo ist das beste Deck und Sangran ist voll unfair, weil er kann mir eine Karte so. Der Punkt hat einfach keinen Sinn. Es gibt halt so Sachen, die halt wirklich unfair sind, die man auch adressieren sollte. Aber ich finde gerade im aktuellen Format ist das nicht der Fall, dass es Decks gibt, die jetzt zu stark sind, um dagegen zu spielen. Das ist Optimierung. Jeder möchte das beste Deck spielen. Und dem ist Brandy. Wird es immer eine Meta geben? Die würde natürlich immer anders aussehen, immer unterschiedlich. Definitiv, außer Frage. Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, es wird immer eine Meta geben und man kann dort auch safe immer irgendwas kritisieren. Das eine Deck ruft dein Bossmonster mit zwei Karten, das andere mit drei Karten. Dann ist ja das eine irgendwie unfair, dass das so gut ist. Also du kannst immer was kritisieren. Wir müssen dabei Maßplan. Du musst halt einen Grundsatz haben, was willst du kritisieren? Und es zeigt sich einfach, dass die Community selber immer halt einfach das hatet, was da ist. Ja, das ist halt der Hate aufgrund von Hate. Und nicht, ich finde das doof, weil man könnte das ja so machen zum Beispiel. Das ist halt immer so das Ding. Wenn du was kritisierst, wäre es natürlich clever zu sagen, okay, wie könnte man denn das anders machen, damit es halt eine sinnvolle Lösung ist. Das Problem ist nämlich, dass es manchmal die Lösung, die manche angeben, ganz andere Probleme aufwecken würde, die jetzt halt da rauskommen. Beispiel. Alle sagen, Handtrips sind doof. Okay, wenn Handtrips suchst, wenn wir spielen keine Handtrips mehr, dann haben wir wieder genau diese Decks, die komplett vollkommen gehen, die ja 5 bis 6 Negates hinlegen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt mein Traum-Yu-Gi-Oh!-Format wäre, so ein Endboard jedes Mal zu haben, weil ich halt mit dem Gegner nicht in seiner Runde interagieren kann. Und das ist nämlich so dieser Hass, nur weil das gerade viele Leute spielen. Das macht halt auch gar keinen Sinn, aber so sind die Menschen halt. Wir haben das interaktivste Format der Welt. Scheiße. Wir haben ein Full-Negate-Board. Scheiße. Wir haben weder noch. Scheiße. Also ist es immer scheiße. Leute, chillt. Ihr müsst euch auch einigen, was ihr wirklich blöd habt. Und das Geile ist ja auch immer, dass alle sich beschweren und das Spiel trotzdem weiterhin spielen. Denn irgendwas scheint ja bei dem Spiel trotzdem Bock zu machen. Ja, wie sieht es denn generell mit dem Stand aus? Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden eigentlich mit dem Stand. Wie gesagt, die Richtung stimmt, finde ich gut. Und generell finde ich es gut, dass man zurückgeht auf Interaktionen. Bedeutet aber, das Spiel wird komplizierter und schwerer. Was natürlich für Einsteiger, die einen heute noch schwieriger macht. Verstehe ich, dass das ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube, das ist der Komponente. Wobei ich da wieder sagen muss, ich glaube, dass es für einen Einsteiger, also ich bin jetzt zwar kein Einsteiger, aber ich kann mir das vorstellen, dass es für einen Einsteiger einfacher ist, Sachen zu lernen, wenn man wirklich spielen kann. Und wenn es nur zwei Headshots werfen ist und zwei Effekte aktivieren, ist er trotzdem mehr gespielt, als er geht und legt fünf Karten dahin. Ich aktiviere fünf Karten, kann nichts machen. Da hast du trotzdem mehr dabei gelernt, zu gucken, okay, wenn ich die eine Karte vorher aktiviert hätte, hätte er das gar nicht machen können. Ich glaube, das ist für einen neuen Einsteiger trotzdem einfacher zu kriegen, als wenn er gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie zu spielen. Ich glaube, das ist schon von der Idee her besser. Auch wenn es natürlich, wenn die verschiedenen Dinge tun, komplexer ist, was der Gegner nachher für Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, du kannst es einfacher erlernen, als wenn du gar nicht spielen kannst. Aber wo müsste ich erfahren müssen? Wir müssen das Spiel halt schwieriger machen, um es wieder interaktiver zu machen und auch wieder attraktiver zu machen für Leute, die es spielen. Klar, für die reinkommen wird es dann noch schwieriger. Gefühlt Lebensaufgabe, aber that's the way. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Downside, die wir eben damit leben müssen. Und ja, was ist meine Kritik? Wie gesagt, Bandkarten wie King Calamitys oder ähnliches. Aber man kann sagen, die Mieter ist gerade sehr breit. Zu breit. Und da sind wir wieder bei der Thematik. Ja, Leute, was wollen wir eigentlich? Ja. Wenn nur zwei Decks mehr da sind, dann sagen wir, die haben wir schon so oft gesehen, das tut langweilig. Wenn wir viele Decks haben, boah, es sind so viele Decks, wir können uns nicht drauf eingehen. Man muss sich da eigentlich festlegen, was man will und dann das kritisieren, wenn das eine halt eben eintrifft, weil mit einem musst du eigentlich zufrieden sein. Ja, wobei es gibt halt dieses, ich habe so ein, zwei Decks, die gut sind und der Rest ist halt extrem dahinter. Oder du hast halt, wie jetzt gerade, das Gefühl, 20 Decks spielen können. Alle sind irgendwo spielbar. Du hast so fünf, sechs, sieben Decks, die da oben rumtanzen. Und du hast Formate, wo so drei, vier Decks halt da sind. Und das ist für mich so der Sweet Spot. Dass du so vier Decks hast, vielleicht drei, vier Decks hast, die so wirklich so das Top-Meter bilden. Also das ist wirklich das Meter selber, diese halt, diese drei, vier Decks. Dann hast du Decks da drunter, die angreifen können, die auch toppen können, die gut spielbar sind. Und dann halt darunter der Rest. Ich glaube, das ist für ein Format eigentlich somit am besten, weil du hast Optionen zu picken, was für ein Decks du spielen möchtest. Du kannst aber auch entscheiden, okay, von diesen Decks mag ich eins, keine, ich möchte es einfach drunter nehmen, was trotzdem halt compieten kann. Und du kannst dich trotzdem auf die Decks, die die meisten Spieler spielen werden, halt vorbereiten, weil es halt drei bis vier Decks sind und nicht halt sieben, acht oder so. Ich glaube, das ist ein gesundes Mittelmaß. Superschwierig, denn das letzte Mal gefühlt hatten wir das 2019, glaube ich, mit Toss. Aber ich bin mir jetzt da auch nicht ganz sicher, ob das wirklich das letzte Format, was wirklich so diese drei, vier Decks hatte. Aber ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, war das das letzte Format, was halt genau so war. Gefühlt waren wir beiden nicht zufrieden. Ich persönlich, das geht die ganze Zeit um persönlich, finde halt eine etwa schmalere Metacoola, so fünf Decks, dann kann man sich auf alle vorbereiten. Plus jetzt ist es gerade echt Lotto spielen. Du hast ein Deck, sagst, boah, voll gut, Zeitdeck, bereiten uns da gegen da gegen vor und dann passt das schon und dann sagst du, ah ja, ich habe gegen das Deck noch gar nichts, gegen das Deck auch nicht, gegen das Deck auch nicht, gegen das Deck auch nicht und dann so, ja, das spielt ja kaum jemand und dann kriegst du auf ein Event gegen zehn Runden zehn verschiedene Decks und denkst du so, ja, wow ey, Zeitdeck war komplett Müll, die Matchups, die ich eigentlich, die nicht so gut sind, aber die halt nur ein Prozent der Leute spielen, habe ich abbekommen. Ja, ist halt Lotto ein bisschen, definitiv ist das Lotto und man kann jetzt natürlich sagen, ja, ist halt zu breit, das hast du natürlich nicht bei einer schmaleren Meta, weil dort kann man sagen, ey, es gibt fünf Decks, zwei Backroad Decks, drei Control Decks, dann packst du im Sidedeck halt dementsprechend Karten rein, fertig, ne, dann hast du gegen alles abgedeckt, aber du kannst faktisch kaum alles abdecken gerade, was natürlich schwierig ist. Man sagt ja immer, wobei ich noch einmal ganz kurz zu dem Sidedeck zurückkehren, wenn man kommen möchte, weil früher war das Sidedeck halt dafür gedacht, dass du halt gegen manche Decks halt ein besseres Matchup hast. Mittlerweile ist das Sidedeck wirklich dafür da, und das ist halt irgendwie schade, dass du halt Karten reinpackst, die dir safe das Game gewinnen. Und das finde ich von der Idee eigentlich nicht so geil, ne, weil klar, du hast Karten im Sidedeck, die dir halt helfen, gegen manche Decks das besser zu machen, aber du hast halt nicht gegen jedes Deck den perfekten Counter. Und dadurch, dass wir in den letzten Jahren so viele perfekte Counter für verschiedene Decks hatten, sind natürlich aktuell alle, oh, ich habe ja für das Deck halt gar nichts. Und man sich dann überlegt, aber klar, diese eine Karte ist gegen dieses Deck halt besser als eine andere Karte, die ich immer im Ende habe, trotzdem halt ein guter Switch hinzumachen. Aber es ist halt nicht diese komplette ich gewinn das Duellkarte. Und ich glaube, das stört aktuell sehr, sehr viele Menschen auch. Mich zu einem gewissen Grad auch, weil du manchmal sagst, hat wirklich gar nichts gegen die Decks hast. Aber ich glaube, wir müssen weg von diesem Gedanken, dass wir eine Karte in unserem Sidedeck haben, die das komplette Gehörige Deckskopf nimmt. Pros mögen, also ein Tier-Null-Format am liebsten, weil Don ist der Spielskill entscheidend, und Anfänger mögen lieber eine breite Meta, weil du kannst alles spielen. Ich glaube, im Großen und Ganzen, ich finde es okay, wenn es immer hin und her schwankt, dass man hat mal eine breitere Meta, mal eine schmalere Meta, mal eine breitere Meta. Das ist okay. Ich glaube, so ist jeder bedient. Dann kann man sagen, von mir ist auch phasenweise, ey, gerade ist das Spiel für mich nicht so attraktiv. Ich warte, dass die Meta schmaler oder breiter wird. Ja, ich meine, es ist halt eigentlich cool, dass die Meta breiter ist, weil an sich ist das ja schon freundlich für alle, weil natürlich ist es blöd, wenn man sagt, ey, ich habe hier so ein Deck, das finde ich cool, kann ich spielen. Die Antwort ist, nein, du darfst nur die drei Decks spielen, der Rest ist scheiße. Ja. Das ist natürlich blöd. Jetzt gerade ist es. Das sagt aber auch eigentlich keiner. Es sei denn, du bist jetzt halt ein Pro Player und du willst halt ein Deck picken und sagst, das Deck ist halt scheiße, wenn du gewinnen willst. Ich meine, wenn du auf Locals geht, kannst du jeden Dreck spielen. Also wirklich, du kannst da meinetwegen Appliance spielen. Es ist ein Kack-Deck, aber wenn du Bock darauf hast, dann spiel Yu-Gi-Oh! auf Locals mit Appliance. Also jemand, der sagt, das Deck ist halt scheiße, kannst du nicht spielen. Ich sage mal generell, wenn ihr ein Deck spielen möchtet, lernt das Deck so gut zu spielen, wie es möglich ist und guckt, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr halt dann merkt, das hat nicht geklappt, vielleicht probiert ihr beim nächsten Mal dann halt eins der Meter Decks aus. Das ist halt eine Reise, die jeder jugendliche Spieler halt ein bisschen durchgeht, was man halt spielen möchte. Möchte ich halt ein guter Spieler sein mit einem Rock Deck, möchte ich halt einer der besten Spieler sein, der einmal das beste Deck pickt und mit dem so gut performt, wie es möglich ist, go for it. Ja, also es gibt genug Decks, die gut sind. Kannst du spielen, kannst du ja theoretisch eine YCS mitgewinnen. Und ja, es gibt da noch ganz viele, die noch breitere Masse Decks, die sind halt nicht Top Tier, aber ey, du wirst sicher damit den ein oder anderen Win holen, weil die Meter ist eh so breit, kein Mensch kann sich auf dich vorbereiten. Weil das ist auch natürlich noch ein Problem von einer dünneren Meter, also die halt nicht so viele verschiedenen Decks hat. Oft ist es natürlich so, dass dann zum Beispiel etwas gesided wird gegen eins der Top Tier Decks, was dann aber auch automatisch ein Side Deck Karten sind gegen eben Tier 2 oder 3 Decks. Und dadurch haben die Decks natürlich gar keine Chance oben mitzuspielen, weil eben die Side Deck Karten automatisch gegen sie auch ebenfalls sind. Und natürlich bei einer nicht so breiten Meter bordet man alles gegen diese Top Tier Decks und hat dann eben gegen die Tier 2, Tier 3 Decks nicht mehr so viel. Klar, das Deck, also das Tier 1 Deck ist generell dem Deck überlegend, aber halt nicht, dass man gar nicht gewinnen kann. Dementsprechend ist das natürlich dann so eine Sache. Ich verliere mich schon. Also in einem Vakuum kann theoretisch jedes Deck gegen jedes Deck gewinnen. In einem Vakuum. Man kann, wie gesagt, immer was kritisieren. Das ist Fact. Und natürlich geht es definitiv besser. Aber wir müssen mal ehrlich sein mit uns. Im Großen und Ganzen ist die Richtung richtig. Aus meiner Sicht. Das kann natürlich sein, dass du eine andere Meinung hast. Aber generell ist die Richtung eben richtig. Ich habe nur Angst wirklich, dass das Ganze eben wieder aufgrund des Power Grips dann in 3, 4, 5 Jahren auf jeden Fall komplett überhandnimmt. Und das alles, was ich hier sage, ich sitze dann hier wieder und sage, ey Leute, Yu-Gi-Oh ist gerade an einem grausamen Stand. Aber generell gerade finde ich, es ist ein super Schritt. Also die Richtung stimmen. Ich freue mich. Es macht mir Spaß. Ich habe mehr Spaß denn je an Yu-Gi-Oh, was halt unglaublich cool ist. Nach so vielen Jahren habe ich wirklich Bock, Yu-Gi-Oh zu spielen. Macht unglaublich Spaß. Und das ist etwas Gutes, finde ich. Das ist etwas sehr Gutes. Für mich, wie gesagt, bestimmt haben wir einen oder anderen verloren dabei. Aufgrund des Weges jetzt. Bestimmt haben wir einen oder anderen verloren. Das ist auch ein cooler Satz. So, ja, ich wollte mitkommen, aber ich habe ihn einfach verloren am Weg. Ja, definitiv. Wenn du halt verschiedene Arten von Yu-Gi-Oh quasi hast, der eine, der halt das komplett gefeiert hat, der mag halt das jetzt nicht. Das ist halt so. Auch wie die Meta war und so. Aber das ist, wie gesagt, hier meine Meinung. Jetzt bin ich gespannt, was ist eure Meinung. Denn ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin mit der Meinung. Aber ich bin selber nicht der Einzige. Also es gibt bestimmt auch andere Meinungen. Und die interessieren mich wirklich. Bitte argumentiert mal wirklich, also wirklich gut. Und nicht einfach so, ja, scheiße. Das ist kein Argument. Das ist kein Argument, ja. Also wieder, lasst es mir einfach mal wissen. Dann lesen wir mal durch. Und vielleicht, kommen wir mal an den Blickwinkel, den ich jetzt vielleicht hier ausgelassen habe. Kann ja definitiv sein. Wie gesagt, ich habe hier kein Drehbuch. Ich habe hier einfach irgendwelche Stichpunkte. Und ja, an denen halte ich mich so ein bisschen. Das war's. Also hier ist kein Skript. Hier ist keine exakte Wortformulierung. Das ist ja auch Sinn des Formats. So Leute, ich wünsche euch jetzt aber einen wunderschönen Tag. Gutes Video. Viele Punkte aufgegriffen, die ich persönlich aktuell im Yu-Gi-Oh!-Format habe. Gut finde. Ein paar Sachen angesprochen, die das überhaupt bedeutet. Dann, wo das quasi hinführt. Ein paar interessante Rückschlüsse gezogen. Mag ich. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das auch gefeiert habt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das aktuell im Format seht. Und Yu-Gi-Oh! generell aktuell. Abschluss von dem Video. Ich persönlich bin mit dem aktuellen Yu-Gi-Oh!-Format bis auf Calamity ist eigentlich komplett fein. Bis dann, oder? Ciao, Leute!